wie toll wie toll aber sogar bei hause haben wir deinen weh hat sich direkt hier gleich wie zu hause gefühlt ja wir werden ihm gleich helfen kurzen moment wir werden gleich lesen kein problem bombe hallo hallo herzlich willkommen hat es noch besuch wer war denn da deine schwester und co oder was wir werden mal kurz lesen chat und so u-boot während der britischen während die britische royal navy weiter auf schlachtschiffe von blablabla typ setzte entschied sich das deutsche kaiser die deutsche kaiserliche marine für die u-boot technologie obwohl sich die u-boote anfangs als sehr wirkungsvoll erwiesen 9 versankt erwiesen 9 versenkt in nur einer stunde drei britische kriegsschiffe gelang es den alliierten der blablabla seeführung seekriegsführung mit schnellen schiffen und änderungen in der navigation an diese neue technologie anzupassen also waren die nur am anfang die ganzen u-boote mit dem uneingeschränkten u-boot krieg ab 1917 verschärfte sich die lage was dazu führt dass alleine in diesem jahr mehr als 3000 schiffe versankt wurden krass durch u-boote kass ein cousin ja dann alles ganz entspannt als gemiet man genießt das gameplay genießt die fortsetzung ich hoffe nicht dass irgendwas laut ist ich lese hier gerade mal ein bisschen vor weil im ersten teil habe ich das ja am anfang nicht so gemacht truppentransporter auf der truppentransport auf dem seeweg ende des 19 jahrhunderts verfügte die industrialisierte industrialisierende nation über genügend schiffskapazität um truppen schnell in oder aus übersee überseeschen gebieten zu verlagern als die usa deutschland den krieg erklärte zögerten sie nicht die in amerikanischen hafen ankehrenden deutschen schiffe zu beschlagnahmen oder ankamenden ankehrenden heißt das wirklich so beschlagnahmen und der us navy zu übergeben über zwei millionen zwei millionen us-soldaten wurden über den atlantik nach frankreich verschifft manche von ihnen auf ehemals deutschen schiffen einige der für den truppentransport eingesetzten schiffen wurden im laufe des krieges auch zu lazarett schiffen und funktioniert so dann tarnung im laufe des ersten weltkrieges verbessert sich durch die durch das durch den technischen fortschritt die mögliche möglichkeit feindliche schiffe zu ordnen sowie die zielgenauigkeit und die reichweite der schiffs artillerie tarnung und die kunst der täuschung erhielt folgendlich auch auf see eine immer größere bedeutung schiffe wurden etwas mit wurden etwa mit zebrastreifen beballt ohne scheiß jetzt die wurden mit zebrastreifen gemalt nein kommandant ein schwimmendes zebra das ist bestimmt kein feind nein das wusste ich tatsächlich nicht wodurch sie für feindliche u-boote schwerer aufzuspüren und schlechter zu treffen waren da die mannschaft die distanz falsch eingeschätzt hat ach so das ist ja krass das ist ja krass das wusste ich gar nicht okay dann kümmern wir uns jetzt mal ich glaube wir müssen ein bisschen was machen wir müssen mit irgendwem quatschen hallo kann ich ja was aber das spiel sieht einfach viel cleaner aus als letztes mal aber wir sind jetzt schon in dem u-boot okay ich verstehe schraubenschlüssel jugo es gibt hier nur zwei teile wir brauchen ein rohr wir müssen das ok ok dann gehen wir mal suchen guck mal das ein haige bis unten alle das ist doch eine lüge dieser 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 wie heißt er dieser die heißen denn diese fische diese komischen fische aus der tiefsee die konnten die noch auch gar nicht fischen versteht ihr da ist das rohr kann ich da nicht rüber was soll denn das andere items sein megalodon vielleicht ich glaube nicht dass es ein megalodon ist also das wäre ein kleiner megalodon oder dann ja das wäre dann megalodon baby baby so dann drehen wir das ich drehe es genau in die falsche richtung gut gemacht dann ja ich oh mein gott man kann es nur hallo hallo jetzt wird es hier weiter geführt ein baby ein baby schrumpodon was ist denn ein schrumpodon ja was mache ich jetzt hier hä kann doch hier nicht weiter hä ah ich muss jetzt nach oben okay ich verstehe warte wir gehen erst hier durch nee da muss ich hin da muss ich hin eine kleine version von megalodon das stimmt hey wir haben das andere was ist denn das ist das ein kukrohr wo man so durchguckt für für die u-boote okay jetzt gehen wir mal zum captain captain mein captain wir müssen das rohr also wir müssen das aussichts oh hier treffen wir jetzt auf das schiff von also hier entdecken wir das das schiff von john oder jonas das ist ein spannerglas ich hätte einfach x drücken müssen jetzt gucken wir mal durch unser spannerglas 1916 die u.s. hat neutro erlaubt für business als usual obwohl trade blockaden die wenige merchanten submersibles in existenz wie die germania waren trotzdem mit ihnen mutige handelsleute so was braucht man übrigens wenn ihr was gutes zu handelsleuten haben wollt dann schaut euch spice and wolf an ja der ist richtig gut der anime einer meiner lieblingsanemies von früher ey jonas einer der blues brother ne der heißt nicht der blues brother james der war in den baltans james der war überrascht um die submarine zu porten weiter ey ey was geht ab nein ist eine klarinette oh ihr assis scheiß rassismus shit scheiß rassismus wollen wir nicht erst seine klarinette holen er braucht einen schraubenzieher ok ok er hat unten schraubenzieher ok gehen wir erstmal hier durch haha ein piraten eine piratifigur schon wieder so ein mini megaludon gebiss warum kann ich denn in die küche junge ja schwimmer schwimmer deine nuggets eine klarinette warum kann ich die nicht nehmen ich muss sie vielleicht fragen ob ich die klarinette nehmen kann gucken wir erstmal was der typ von uns will was willst du ich soll ihm eine pfeife bringen ok die ist da war es in der küche chat wo war denn das ne gehen wir mal runter ja man seil also wir müssen jetzt rohr ausstellen ok wartet mal haben wir auf jeden fall seine wie stellen wir das denn hier aus so geben wir ihm auf jeden fall pfeife ok dann können wir ihm einen schraubenzieher bringen aber das will ich noch gar nicht ich will jetzt erst hier unten das mit dem schwein lösen aber irgendwie sagt er noch nicht dass er schwein ich muss halt echt glaube ich zuerst jones den schraubenzieher geben man muss ich glaube ich die anderen sachen holen ich glaube echt shit ok dann gehen wir mal hoch dann gehen wir mal hoch und werfen ihm den schraubenzieher zu hier bro jetzt sind wir jones cool scheiße ich muss glaube ich muss ich glaube ich wenn wir ihm jetzt den schraubenschlüssel geben äh die rohrzange ist kein schraubenschlüssel die rohrzange der koch der koch gibt uns die rohrzange halt warte hier geht's runter so hallo koch okay müssen wir erst sein schweine freien let's go wir wissen auch genau wie wir das machen und lass dich raten du willst jetzt was so ich will aber mal kurz hinter gucken ok gibt's nichts können wir jonas erstmal das geben sollten wir nicht vielleicht das ding wieder hindrehen na egal die sagen das dann schon und jetzt gucken wir uns fehlt uns eigentlich noch was ich glaube kein sammelstück fehlt uns mehr oder wir haben alles okay aber ich guck mich trotzdem mal mit äh jonas um warte mal ich will mich hier um wir können uns nicht weiter um gucken ok hat sich das geklärt so jonas und ernst sind freunde aus welchem land kam jetzt ernst kommt der aus bulgarien war das bulgarien chat aus bulgarien schenken wir ihm eine clarinette ich weiß gar nicht wem die gehört hä wir nehmen jetzt einfach von irgendwem eine clarinette wir schenken ihm einfach eine fremde clarinette krass aber musik auf dem u-boot spielen will wie cool mein gott ich bin so scheiße das ist doch scheiße dass es nicht playstation ist ach scheiße ich hab voll verkackt warum ist das nicht playstation dicker das war doch keine deutschland flagge vorher ich bin froh zu sagen er ist ein freund geworden wir haben uns gegenseitig dass wenn diese war über mich und ernst zusammen spielen ich will diese freunde halten ihr bruder james seht ihr auf beiden seiten gibt es freunde von unterschiedlichen nationen finde ich einfach toll finde ich sehr toll die germanienische flieg war ein kommerziger Erfolg und ihre crew zurückgekehrt für ihre nächste trade mutig aber an die leute dass sie trotz krieg handel getrieben haben oder oh nein oh nein das war ja 18 Monate zuvor die ganzen besatzungen die man kennengelernt hat die ihn aufgezogen haben die ihn oder was heißt aufgezogen die ihn wie familie behandelt haben alles sind weg alles wird vom krieg zunichte gemacht scheiße 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 obwohl ich sagen muss dass es jetzt schon echt lang geht und wir haben noch kein kapitel abgeschaut vielleicht ist es doch so lang wie der andere teil bei dem kaiser der germania was henceforth ordered to hunt convoys in the atlantic ernst was faced with a grim choice torpedo the pocahontas and kill his friend or disobey a superior's direct order and risk being put to death he had chosen to save his friend but knew it would only be a matter of time before he was ordered to kill again wir haben quasi gerade jonas gerettet was ein ehrenmann du w w w w w w w w w